Servus Nacktschnecken und willkommen bei diesem neuen Video. Ich habe lange kein Video gemacht, weil 2020 war Corona-bedingt nicht so doll. Umso besser und umso dankbarer bin ich, dass ich das hier jetzt erleben kann und darf. Ich befinde mich jetzt mit meinem Gravelbike am Paso dello Stelvio am Stilfsajoch und möchte ich mir die 18. Etappe des Giro d'Italia angucken. Gestern war ich auf der Madonna di Campiglio im Ziel. Da habe ich mir Ende der 17. Etappe angeschaut und jetzt quäle ich mich hier nach oben. Ich bin hier über den Umbrell Pass gekommen. Ciao. Ciao. Der ist hinter mir und da oben ist schon das Stilfsajoch. Ich möchte dann ein bisschen runter Richtung Prato in die Kurven hinstellen, damit ich dann möglichst lange Aussicht auf die Fahrer habe. Ja, so wie das hier beim Giro ausschaut, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ich werde meinen Spaß das definitiv haben. Alter, ich sag's euch. Merkt euch das. Egal was ist. Nicht fressen. Nicht fressen. Gar nichts. Weil dann tut's weh. Weil dann tut's weh. Anstrengend ist. Anstrengend ist. Anstrengend ist. Hться. Anstrengend ist. Anstrengend ist. HONDA ZIN2. Mamma mia Oh, motherfuckers Ich habe mich hier am Paso Stelvio in der zweiten Kurve positioniert, die Jungs von Ineos Grenadiers sind auch da, die Party steigt langsam und ich hoffe das wird ein Fest hier, ich bin echt mega glücklich dass ich das hier heute im Corona Jahr erleben darf da werden wir in eineinhalb Stunden die ersten Fahrer sehen bin gespannt ob Nibali heute attackiert wir haben hier von oben wunderbare Panorama da sehen wir den König Ortla mega hier da unten sehen wir schon die ersten Fahrer langsam kommen sie hoch danke Marco intanto va a dissetarsi e riceve finalmente un cambio Joao Almeida danke Hop 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 Musik Musik Fippin Hop 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 Vincenzo Tom Vincenzo Grande Vincenzo eight them okay jb down Go 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 Musik Go 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 go! Alle, 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 alle! Alle, 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 alle! Go, 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 go! Peter, go! Peter, go! Peter, Peter, go! 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 so das waren jetzt die impressionen von meiner Giro Etappe am Paso de los Telvio. Es war mega geil, mir hat Spaß gemacht. Ich habe mir hier den Arsch abgefroren, aber es war jede Minute wert. Ciao!